Ich bin Martin Sesehuet und bin beim ersten Lehrjahrs Automatiker bei der Firma Hubert & Suenau Herisau. Ich bin momentan in der Abteilung Programmierung. Meine Tätigkeiten sind eben Inbetriebnahme, Reparatur, Programmierung und Dokumentation von Anlagen. Zu meinen Werkzeugen gehören Messgeräte, Abisolierzangen, Schraubenzücher und eine normale Zange. Die Voraussetzungen für den Beruf Automatiker sind Interesse und Verständnis für die Technologien, ein gutes Vorstellungsvermögen und Geschickte haben. Zudem ist es aber auch wichtig, dass man gut alleine arbeiten kann und mit Teamkollegen. Im Beruf Automatiker ist es auch sehr wichtig, dass man zuverlässig ist. Falls wir dein Interesse geweckt haben, darfst du dich gerne auf unserer Internetseite bewerben.